Und damit wieder ein herzlich willkommen bei 5NC7 Reverb. Ich weiß gar nicht, ob ich da hin muss, aber Leben heilen ist immer gut. Dann hat dieser Gass also tatsächlich die Wahrheit gesagt? Ja. Trotzdem. Ist es eine gute Idee, Palmer alleine zu schicken? War sein eigener Wunsch. Entsende Friedenswächter. An alle. Zurückziehen. Okay. Dann mal los. Ja. Jetzt halbeste Wuster, Palmer. Machen Sie vier Stunden mit Volkern. Und nicht in den Flossen, Palmer. Ich bin so froh, Palmer, Palmer. Habt ihr gehört? Man schuldet dem Proposch Respekt. Also zeigt ihm seinen Respekt. So, Limits und Synchro-Fertigkeit können die Maschinen umkippen lassen. Gut gefippten Zustand richten Angriffe aufs Cockpit besonders schaden. An für dich, Paruken. Von hinten. Wo ist denn das Cockpit? Aua. Den sollten wir schaffen, oder? Nee, kommt's mal vor, als würden wir ihm keinen Schaden machen, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ich bin nur ein kaffischer. Wurzeln. Hör mich schon. Kichslack. Hör mich schon. Hör mich schon. Der rimmst dich. Der legt mich auf. Aua. Lass mich machen. Gott. Krieg wir hin, krieg wir hin, Leute. Aua. 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 Jetzt reicht's mir aber. Ziemlich schwach. Der Feind ist geschwächt. Der ist für dich. Schlafen. Okay. Ich glaube, er ist sauer. Ich weiß aber nicht, warum. Ich habe dich schon erwartet. Ich will nicht. Was zur Hölle? Nein, Eris ist gestorben. . . . . . . . So, Gegenstände. Gott, er macht 2D-Klug, Leute, äh, ich, äh, versuch gerade klarzukommen, er macht mir mehr Probleme als ich eigentlich will. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm schon, Ares, komm schon. Zieht nicht zurück. So. Wieder Aerys getötet? Sag mal, willst du mich verarschen, Junge? Jetzt reicht's mir aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 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 Und dann? Der wird geil, wenn man ihn schließt. Ja stimmt, er hat gerade abgespritzt. Alles in dir. Gott, jetzt bitte eine andere Richtung spürt sie. Hast du diesen Strahl jetzt gesehen? Ja, ja, der war nicht zu übersehen. Oh Gott, äh, Eta. Junge, pack deine Zunge ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zurück! Kannst du das machen? Ich übernehme. Noch bin ich am Leben. Zuverkampfung fähig, das ist nicht gut. Ich bin bereit. Danke Red, danke. Okay. 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 Die Zeit drängt. Wir müssen hier weg. Und Pi, bitte? Meine Freunde, nehmt diesen Buggy. Dio? Dio? Da war eine Wanze mit eingebaut. Ich hab alles mit angehört. Du warst unschuldig. Verzeih mir meinen Fehler. Seht den Buggy als Entschädigung. Er gehört euch. Ich werde dafür sorgen, dass man ihn ordentlich bestattet. Danke. Dann ist dir alles klar. Abmarsch! Kommst du? Für die Hilfe nicht in Schwierigkeiten. Als Direktor habe ich für die Sicherheit meiner Gäste zu sorgen. Midgar mag Probleme mit euch haben. Aber für mich gilt das nicht. Ihr seid hier stets wieder gern gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den steuern kann. Ich zeig dir, wie es geht! Barrett. Weiterleben und leiden. Du schaukelst das schon. ist aber ganz schön was zu schultern wir helfen dir so freundlich kennt man dich ja gar nicht klappt los lebwohl dein Düsst los. Ich kümmere mich um die Zugabe. Ring frei zur ersten Runde. Aparth! Aparth! Nein, Gott, lass mich. Okay. Ja, Dio hat unser Auto gefunden und hat es jetzt aufgemotzt. So, Flucht mit dem Buggy. Dio hat dir ein Gefährt geschenkt, damit du den Verfolger von Shinra ankommen kannst. Es zeige den hartnäckigen Shinra Einhard, dass du selbst während einer rasanten Fahrt ruhig ziehen kannst. Schüttle deine Verfolger ab. Die Verfolger von Enfants. Sofort anhalten, verdammt! Die Verfolger von Enfants. Ik weiß nicht, dass du weißt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020